Hallo liebe Leute, bisschen gezögert, aber ich wusste jetzt nicht was da los ist. Ich werde invaded. Ich bin wieder bei McDuff. Ich wollte eigentlich was probieren mit dem Homungulus Schlagstock. Keule. Aber das hat leider nicht funktioniert. Da ist er. Guck mal einer an. Der los jetzt das Fass runterrollen. So, da hat er Sense. Okay. Ne, der los fast nicht runterrollen. Raffi. Was ist denn das für Annie? Die kenne ich gar nicht. Oh scheiße. Ist das Annie, ist das die von der Honor? So, bevor er. Oh nein. Super. Raffi, der wollte mich bloß. Nein, ich will nicht. Scheiße. Das war aber schweinig. Aber das war pur. Wie hat der mich jetzt gebackstappt? Ich habe das gar nicht mitgekriegt. Ich dachte, ich wäre weg. Naja, aber es ist gut gegangen. Aber mein lieber Mann, noch so ein paar Sachen und ich stehe kurz vor dem Herz. Das war ruhig und wink. Ja. Bis denn. Ruf dir aus der Palus. Ja. Vielen Dank.